Herzlich Willkommen beim täglichen Videostrategie-Ticket des Frankfurter Börsenbriefs, heute am Mittwoch, den 2. September 2015. In den letzten Tagen war ich ja immer etwas vorsichtig mit der taktischen Einstellung für Short-Spekulation. Das hat sich heute geändert. In den letzten Tagen hatte ich ja immer gesagt, dass Bullen und Bären noch ein gutes Stück kämpfen, dass es immer danach aussehen könnte, als ob der Markt abkippt und nach der zwischenzeitlichen Gegenbewegung in der Korrektur dann die 2. Phase der Abwärtsbewegung starten würde, dass dann aber immer Gegenbewegungen einsetzt und dass es deswegen gefährlich sein könnte, in diese Spekulationen einzusteigen, obwohl wir im Frankfurter Börsenbrief natürlich nach wie vor auf breiter Front auf der Short-Seite agieren. Aber für meine Begriffe stehen die Chancen heute wesentlich besser als gestern und vorgestern. Tatsächlich hatten wir ja gestern und vorgestern am Nachmittag immer noch Erholung. Dann haben sich die Bullen noch nicht geschlagen gegeben, haben den Markt wieder nach oben getaxt. Ein ähnliches Bild auch in den letzten 12 Stunden gegen Schluss der Wall Street lag der DAX unter der Marke von 9.900 Punkten, hat dann in der Zeit des außerbörstlichen Handels zwischen 0 und 2 Uhr über 150 Punkte zugelegt, zwischenzeitlich heute Morgen auch über 1.100 Punkte. Das heißt, wir haben heute im Grunde eine gegenteilige Entwicklung zu gestern und vorgestern, als es ja erst schwach begann und dann am Nachmittag die Erholung einsetzte. Jetzt haben wir relativ stark begonnen und das ist für meine Begriffe ein gutes Zeichen dafür, dass heute die nächste Gegenbewegung einsetzen könnte. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt jenseits der 40 Prozent. Also insofern könnte man heute mal mit einer kleinen Short-Position auch auf der taktischen Seite in den Markt gehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass da heute der Startschuss fallen wird und dann die nächste Abwärtsbewegung, die dann ungefähr auch eine Woche dauern dürfte, eingeleitet wird. Das heißt, bitte jetzt diese Spekulation vorsehen. Bei den sonstigen Empfehlungen rate ich Ihnen heute auf eine Spekulation gegen den Austral-Dollar. Dort haben wir sehr schwache Daten zum Export gesehen, auch zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Und insofern gehe ich davon aus, dass wieder viel Geld in die USA zurückfließt. Das heißt, US-Dollar Long, Austral-Dollar Short, das ist meine Empfehlung für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Morgen bin ich dann wieder für Sie da. Bis dahin, alles Gute, Ihr Bernhard Glitzing. Vielen Dank für's Zuschauen.